Im Spiel und den Tag danach, um das zu verarbeiten und dann ist das im Fussballsohn, man muss wieder aufstehen, man muss sich wieder konzentrieren, man muss wieder Energie sammeln und ich denke, das haben wir getan. Man muss auch miteinander sprechen, das haben wir auch getan und jetzt gilt es, eine Trainingseinheit zu absolvieren und sich zu konzentrieren und dementsprechend am Morgen alles dafür zu geben, dass wir diese Medaille noch holen können. Das ist so, aber die Spieler machen das ja nicht mit Absicht, das ist, und ich habe es vorher schon gesagt, das ist natürlich auch Training, das ist Bewusstsein, das ist Konzentration und öfters durch das, dass wir so viele Spiele haben, und dann ist das auch nicht immer möglich, so intensiv zu trainieren und das wäre natürlich auch notwendig, um diese Sicherheit zu holen. Da sind wir da oder versuchen das immer wieder auszuspielen oder das im Training zu üben und dementsprechend ist das aber natürlich im Spiel auch wieder anders. Ich weiß natürlich auch als Trainer, dass das auf der einen Seite vielleicht zwei, drei Tore hätten sein können oder müssen, aber dass das leider auch nicht immer geht. Manchmal gibt es Spiele, wo das gut läuft, manchmal nicht und das muss man leider für alle, auch für die Fans, muss man das akzeptieren. Wir haben Chancen, dass das eine große Herzbl tacket ist. Und die Fortschäuern sind wir liquidity für jeden, aber es ist nicht der Möglichkeit, wir, was man noch zu haben. Okay, das ist nicht wahr. Wir haben einen Einzigen, die Ausbildung in der Macht, die drei Tore, die Ernte, die Ernte, die Ernte, das Ernte und die Ernte. Und die Ernteung, die Ernte weiterkennen, die sich in den Job zu stecken, die Möglichkeiten möglich sind. Vielen Dank. Vielen Dank.